Ja, Gartenarbeit. Kann schon echt hart sein. Habe ich aber heute nicht gemacht. Ich habe heute im Basketball auf verschiedene Gartenwerkzeugen gedreht. Komische Idee, oder? Musik Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich ein Like dalassen oder es teilen. Wenn es euch nicht gefallen hat, teilt es trotzdem. Zeigt eure Freunden, was für ein Scheiß es heutzutage alles im Internet gibt. Nervt sie. Keine Ahnung. Macht was mit dem Video. Irgendeinen Nutzen wird das doch schon haben, oder? Kommt schon. Hier haben wir Basketball auf Waffen gedreht. Da unten haben wir Basketball auf High Heels gedreht.